So, ich bin immer bereit. Aber irgendwie... Ah ne, ist gut, ist gut. So, ähm... Ja, ich muss das Ding noch abholen. Hallo? Hallo! Danke. Sag mal, wenn du bereit bist. Ganz werte Frage, sind wir auf Sendung? Noch nicht, nein. Doch, also, bei dir? Ja. Aber wie gesagt, ich kann's ja... Ich kann's ja, wie gesagt, schneiden, also... So, stellen wir uns alle noch mal vor, oder? Ne, ich glaub, er hat das vorher auch schon recordet, oder? Ja, ja, ja. Wir müssen jetzt nur Action machen langsam. Ja, Action. Action wird total überschätzt. Das macht den Leuten, es ist doch total spaßig, unser unnötiges Gelaber hier anzuschauen, während wir hier sinnlos rumhäten. Ach, dann hätte ich die Stunde, die wir gerade vorher im Bach herum, also oben in dem Teich herum geplatscht sind, auch aufnehmen sollen. Nein, nein. So, wir gehen jetzt, äh, in der Versorgungsfeldwebel, ne, mit Feldwebel, nox. Ja, ist ein R, wahrscheinlich. Die seid viel zu schnell für mich. Ich drück einfach nur Tee und lauf von dabei, also, und springe. Ich mach, ich mach nicht mal diesen Schiff. Ich beame mich durchgehend. Ja, das bringt ja, das bringt ja bei dem Techno-Trixer-Schurke nicht so gerade besonders viel. Wichser. Wichser. Weil, ey. Erster. Lieber, äh, wie viel schaffst du als Schurke eigentlich mit einer Ausdauerleise, wie viele Rollen? Zwei. Zwei nur? Ja. Drei. Wie viel schaffst du mit einer? Drei. So. Das ist jetzt, finde ich, jetzt lustig, weil eigentlich soll der Schurke eher der Ausweicher sein. Dafür kann ich mich, dafür kann ich mich verteidigen. Äh, äh, und sichbar machen. So, ich weiß nicht, wo ihr seid, aber ich bin fertig hier. Ich bin hier auch gleich fertig. Ich hab nur die Quest noch nicht angenommen. Ja, jetzt hab ich Bauern, Tonika und Bauern gewandt. Jiva. Und die würde ich auch direkt anziehen, weil die so toll aussehen. Nicht. Doch. Den Karakterbogen aufschneiden Sie mit C. Danke. So, jetzt sehe ich wunderbar aus. Guck mich an, jetzt bin ich ein Bauer. Erst jetzt? Ja, jetzt ist. Jetzt ziehe ich mal nach der Suche. Ihr seid alle viel zu schnell für mich. Was, wir reden zu schnell für dich? Wir reden gar nicht zu schnell für dich, ich glaube nicht, dass du zu schnell reden. Du bist einfach nur zu langsam. Ja. Danke, 20 EP für nichts, der Diebstahl der Krone. Oh ja, jetzt fangts erst mal richtig an. Jetzt wird erst mal gekloppt. So ungefähr. Ihr seid zurück. Ja, ich bin zurück. Herzlichen Glückwunsch, der Diebstahl der Krone. In den Gewölben unter der Achse der Gerechtigkeit. Ich bekomme ein Arsfresser. Seit dem letzten Angriff geht es gerne nach Wächter. Aber ihr soll mich dann auch fähig sein, denn nachzugehen. Und letztlich habe ich den Torwächter mitgeteilt, dass ihr nicht in Wohlen. Und da bleibt es. Hey everybody, let's go. Hallo Leute, wartet mir noch mal kurz. Ich habe nämlich gerade eine Ankündigung gekriegt, dass ich bei meinem Privatsch habe ich immer ein Gewinnspiel gewonnen. Und jetzt habe ich mir selber Belohnung auf den. Und das heißt. Hallo. Das heißt, dass er rausgeflogen ist. Das heißt, ich bin jetzt einen coolen Titel abholen darf. Toll. Nicht jetzt, Bruder. Ja, komm her. Komm her, die Gruppe wartet. Ja, Schnicky, komm. Schnicky. Schnicky, 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 schnicky. Ja, hier, 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 genau hier. Legens, ja, gerade auf, gerade auf. Ja, ich bin auf dem Weg, Leute. Ja, komm mal, du bist du. Warum bist du nackt? Ja, wieso bist du nackt? Naja, was heißt nackt? Ja, okay, doch. Dankeschön. 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 Ich weiß nicht, was ich heute Abend singen soll. Wir gehen nur reigen. Der macht doch ne Challenge, wir. Der macht mir das Spiel ohne Rüstung durch. Ja. Äh, nein. Einmal. Einmal. Ihr seid derjenige, den Feldbäbel Nox für die Untersuchung hergeschickt hat. Ja, let's go. Gut, dass ihr hier seid. Wir haben einige Merkwürdige gewollt aus den Gewöhnungsanlagen. Eine der andere machen, wollte es sich einmal anziehen, hätte bei den Zeranz zu essen. Ich muss den Eindruck machen, wir werden uns aber durchlassen. Findet die Quellen dieser Geräusche, besucht Quartiermeister Otis. Er wird wissen, was dort vor sich geht. Ich will zuerst. Ich mach die Tür auf. Erster. Und Komfu bei D. Joho. Jetzt bin ich D. Und jetzt. Also irgendwie lagts gerade ziemlich. Ja, das können wir auch gerade wissen. Geld, 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 Geld. Bei wem lagts? Geld, 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 Geld. Bei uns hat es gerade gelegt, kurz. Aber jetzt nicht. Hey, ich bin hier der Leckkönig. Ihr habt überhaupt kein Anrecht darauf zu lecken. Ist mir egal, ich leck trotzdem. Ich wollte gerade sagen, ich leck, was ich will. Oh, du, mir fällt gerade auf, es geht um ein Damage-Spieler, kann das sein? Ja. Egal. Das ist Spinter. Ja, ich bin, das ist doch scheißegal, Hauptsache wir haben zwei Damage-Dealer. Okay, wir haben Schurken und wir haben... Das ist meins. Meins! Stahl hat ja recht. Hm, kommt schon. Anscheinend bin ich hier der Damage-Dealer. Ja, ich muss auch mal Sachen einsammeln. Ich mach hier als einziger Weitkampfschaden. Kannst du uns eigentlich heilen? Ich hab' nur noch nie gespielt. Hallo? Kann. Wie ist das? Wie, auf welche Art heilst du uns eigentlich? Bäm! Hallo, da. Momentan kann ich euch gar nicht heilen. Du hast so ein komisches Video, oder wie ist das? Ja, das heilt aber nur mich. Ja, im Moment kann er uns noch nicht heilen. Das heilt die ganze Gruppe, ja, was übersehen. Ich kann euch nur, nur mit meiner Ruhe heilen. Wir brauchen... Wir brauchen... Wir brauchen, hallo, wir haben uns... Aber natürlich viel einzig, was wir nicht dabei haben. Die einzige Fähigkeit brauchen wir jetzt. Was denn? Gewalt aufhunder. Was ist das? Das kann der Tank und der Damage-Dealer. Dieb... Schorka kann irgendwie Diebstahl und... Und Arkan? Gebeten und Arkan kann nicht. Und Religionskunde. Und Religionskunde? Kannst du nicht. Kannst du nicht. Ja. Das war lame. Da unten hinten ist doch eine Giste. Dann holt sie euch. Haha. Scheiße. Ist Mag... Magier-Kram drin? So war tragbarer Akta. Und so drin. Langweilig. Ich habe auch schon irgendwie Waffen oder sowas. Ich weiß gerade nicht was. Ich muss mal gerade gucken. Was? Ui. 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 Im September esta Hoeherwerk und keiner gibt das mit. Das tut mir nicht leid. its deworm Дж Ich hab Backen gefunden. Ja performing. Obie wir jetzt da hin gehen. Ja. Wir haben Backen gefunden. Ja. Feuerwerk. Wie machst du das? Ich will das auch knallen. Das war in der Straft jetzt, ne? Ja. Hab ich vorher schon eingesetzt. Und. So. Ich sollte dann die Fenster zumachen gehen. Äh ne, ich spreche mal mit dem da. Da müssen alle mit dem sprechen. Wer die Masse hat, wenn die Leute nicht haben? Ich bin der Einzige, der Deutsch tragen kann. Wann? Sie bekämpfen sich da unten gegenseitig. Ich habe sie hinter dem geheimen Eingang zum unteren Gewölbe eingeschlossen. Es gibt doch einen geheimen Schalter in Bücherregalen an der Wand. Moment. Äh, den kann ich noch gar nicht spielen. Den brauchst du zu für 6. Mann. Das heißt, ich habe einen Zweihandkämpfer und den Fricksa-Schwarker. Für die beiden hätte ich noch eine Waffe. Multi-Kill. Seine so schnell. Die Gaba geht da unten schon. Rampage. Triple-Kill. Quas-Raw-Kill. Hey, ich habe mir einen Pintor geklaut. Verklickt. Sorry, ich habe meine Ulti-Verschwelle. Äh, meine tägliche Fähigkeit verschwendet. Ja, warum? Also, ich habe meine Ulti noch nicht verschwendet. Doch jetzt. Ne, nicht verschwendet, aber du hast sie jetzt benutzt. Ne, das war nicht meine Ulti. Nein. Hallo, Zombie. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, äh, Sonar. Also, Ulti ist immer mit so einem, ja? Ich würde sagen, später, wenn, also wenn wir mal, wenn wir dann auf Stufe 10 sind, äh, würde ich sagen, dass ich dann einmal reinrasen mit meiner Unzugsbarkeit. Warum darfst du nicht einfach reinrasen? Weil du uns einheiligst. Oh, also, wenn du reinrasen wolltest, dann hast du ein Zweihänder oder sowas kämpft. Aber ich habe, ich habe doch eine AOE. Ja, toll. Ich auch. Also, den besten AOE-Schaden habe, glaube ich, ich. Nein, du zählst nicht. Du legst mir. Und wie zählst du? Das ist kein Schaden. Oh. Du heilst mich doch? Ja. Mit meiner Kuh kann ich heilen. Wir haben einen Roboter. Wuuuuh. Dieser Roboter. Ja, Skelettöter. Oh, yes. Kommt her, kommt her, kommt her. Ups. Das war total fähig. E, e, e. Ich bin auch ein Feiernkämpfer. Ich. Nur drei Feiernkämpfer. Oh mein Gott. Wer ist das? Äh. Er hat gesagt, wer war das? Wo ist der hin? Der ist doch. Acht. Grammatik war doch eh total überschreitbar. Sideform. Was ist das, Bruder? Oh. Er ist tot. Ja, meine ganz blöde Frage. Soll ich eigentlich eher auf Schaden oder eher auf Kontrolle gehen? Das weiß ich doch nicht. Ort wird sich das Amulett gefunden. Da habe ich doch keine Ahnung. Wer damit amulett sind für mich? Symbole für mich. Das kann ich selbst. Das ist für mich. Ach so, Amulette. Nicht alles, Mann. Vergesst es wieder. Nein. Nein, das ist nicht. Ihr geht links, ich mache rechts. Ich mache rechts und alleine. Ich habe gesagt, ich mache rechts und alleine. Ich gehe bitte durch. Hauptsache, du hast mich gerade. Ich bin doch von euch links gegangen. Jetzt werde ich bei meinen Heldentaten nicht gefilmt. Das geht doch nicht. Ich mir egal. Ich habe gesagt, ihr sollt da rüber gehen. Ja, sorgt mal dafür, dass es das auch gemacht wird. Ich bin da rüber gegangen. Ganz ehrlich, es tut mir leid. Ich konnte nicht gerade ausgehen. Ach, der ist besoffen. Das dauert jetzt schon ein bisschen zu lange. Oh mein Gott. Der Wichter wacht gleich auf. Oh mein Gott. Noch eine Kassel. Guardian of the Night. Hat seine Augen nicht gut geleuchtet? Keine Ahnung. Oh, mehr. Ui, 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 ui. Ich reize es nur. Usa. Hat schon irgendjemand von euch Schaden bekommen? Nein, ich werde ganz halt nur geheilt. Nö. Und tot. Ich glaube, er sollte mich nicht heilen. Die Krone gehört den Nasham. Oh mein Gott. Ich weiß ein Nasher, weil sie naschen. Ist sie gerade durch den Thron gegangen? Gürtel von Bül... Ich glaube, Gürtel von Bül... Cool. Da hinten, da war irgendwo Glaubensfähigkeit Dings. Ja, da hinten. Irgendwo. Ne, auf der anderen Seite? Nein, da. Hab's gefunden. Oh, das ist ne Kuh. Nein, das ist eine Schatzstrue. Das ist ne Truhe, aber da hinten gibt's... Ne, da hinten geht's nur raus. Alles meins. Wenn wir das vielleicht folgen. Ich weiß auch nicht mehr, was das bringt. Naja, ich geh jetzt da oben mal hin und... Oh mein Gott. Das Protest ist leer. Oh mein Gott. Ups, jetzt bin ich über die Truhe gesprungen. Ach, maßbesser Gürtel. Yay. Yay. Ja, direkt mal ausrüsten. Ich hab grad zwei Gürtel. Plus 20 maximale Treffepunkte. Plus 28 maximale Treffepunkte. Oh mein Gott, wen holst du denn jetzt? Wir mit 20. Ich will dich auch sagen. Und raus geht's. Erster. Ups. Ich komm mal. J, B, nur die Arne, du Kurde. Ich wollt grad sagen, ich bin da. Oh mein Gott. Die Roboter... Die Roboter-Invasion ist wieder da. Bi-bi-ba-bi-bi-bu. Aber er kommt. Er kommt schon. Er schaut den Weg. Ich bin ein staatlich geprüfter Roboter. Bi-ba-bi-bi-bu. Ich bin staatlich geprüfter Heiler. Komm einfach her. Komm einfach her. Ich bin ein Schurker. Und er ist ein schwuler Magier. Auch nicht. Alter, bis ich mich verpasst. Bleib drin. Ohhhh. Die Magier. Sei einfach leiser. Sei einfach leiser. Danke. Jetzt reden wir wieder. Wupser. Wupser. Wupserle. Wupserle. Wo ist in Europa passiert? Oh mein Gott. Ich glaube dran. Das geht so nicht. Was ist los? Ich hätte gerne Pommes rot-weiß. Wo bleibt? Wo seid ihr? Draußen. Ja. Achso. Ähm. Er hat... Ne. Was? Ich hab schon die nächste Quest angekommen. Nehmen wir beide Quests an die er hat. Ja klar. Wir machen alles. 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 Okay, jetzt. Alles und noch viel mehr. Coole Quest. Die Protektors ankleben. Es war mutig von der Nation. Ja. Auf der Suche nach. Hallo. So. Ähm. Bevor mir aber jetzt. Hallo. Bleib dir mal bitte hier. Hallo. Gamma. Ja, ich bin schon auf dem Weg zurück. Ich komm schon Gamma. Warum gehst du zurück? Ey, du sollst hier bleiben. Wär ich. Ja. Ich glaube auch. Ich glaube wir enden Folge 1. Richtig. Gute Idee. Ich hab gut geraten. Wuuuh. Keks. Ja. Ey, die Kinder, die wir auch haben. Oh. Oh. Wie kann ich denn alles rein, hier? Oh. 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 Wir beenden dann mal den Part hier, ne? Ne, dann auch gesagt. Jo. Ne. Also, äh. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von... Beziehungsweise in drei Sekunden. Ja. Für uns. Äh. Für die anderen, äh. Morgen. Wahrscheinlich. Bis dahin. Tschüssi. Ja.